hallo und herzlich willkommen hier zurück zur perian galactic survival und wir haben ein neues ziel ich bin mal hoch geflogen ich habe die ressourcen gesammelt sassium braucht wir noch ein bisschen und was brauchen wir noch errestrum oseo restrum dürfte ich haben shit restrum haben wir mal gucken wir sind jetzt auf jeden fall auf dem weg um asturidenfeld wir haben noch treibstoff für 40 das ist 20,5 aber wir haben doch glaube ich irgendwann mal massig hergestellt oder an pentax geht hier dürfte reichen ups so mir hungert es gleich ich kann den helm absetzen wir sollten allerdings doch ein bisschen sauerstoff nachtanken so so mal schauen was uns dort für gefahren erwarten und und ihr könnt sehen da oben habe ich so eine torre drauf gebaut das ist so eine mining torre die wollen wir gleich mal direkt ausprobieren dann muss ich nicht mehr immer aussteigen aktuell anscheinend recht friedlich aber mal gucken was im feld auf uns wartet kommt und 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 Gott, kommen wir mit unserem Teil überhaupt da durch? Da ist schonmal was vor uns, was ist das? Eine Repair Station, ok, da oben haben wir Eisen, ich sitze hier noch überhaupt nicht Bonsatio Lums Ob sich das jetzt gelohnt hat, wage ich zu bezweifeln. Ob sich das jetzt gelohnt hat. Oh, das war das Tor. Oh, oh. 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 Ah ja, ich habe zwei Gäste. Oh, okay. So, blueprints. To factory. Oh, okay. Hätten wir gar nicht so viel Eisen holen müssen. 18. Wie viel haben wir das denn? Ui, wir haben ganz schön viel Gold. Oh. 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 Silikon fehlt noch ein bisschen. Ja, und jetzt nur noch Kobalt, Kappa Kobalt. Platium und das Cosium. Hm, hm, hm. Hat schmatzen? Ein Problem. So, haben wir hier nicht irgendwo ein bisschen Satium? Ahem. Oh, wir greifen mal die Repair-Station an. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Tolles drin. Ja. 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 Das ist doch nicht hier irgendwo. Aber die looten wir jetzt erstmal. Wir sollten am besten den GVA-Booster mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Das nehme ich gerne. Ich vergesse es auch immer wieder. Sehr schön. Auch schön. Das ist gut jetzt. Genau. Ja gut, dann halt nicht. So. Weiter geht's. Ich wollte da ja rein. Haben wir irgendwelche pflanzlichen Dinge dabei, die uns Leben wiedergeben? Hm, nö, ne? Doch. Aber das ist eigentlich meine Pflanzensammlung. Einen können wir mitnehmen. Ansonsten ist das meine Pflanzensammlung da drin, damit ich weiß, welche Pflanze was hat an Attributen. Nö, wir fliegen da so hin. Mö, wir fliegen da so hin. Hä? Toll. Ah, taugt nix. Alter Schwede. Das Teil geht gut ab. Herzlichen Glückwunsch. Man möge mich zum Ritter schlagen. Das war aber auch gemein. Das war echt unfair. Ah, ACS, Diomedes. So. Mein Anzug ist auch schon hinüber. Backpack auf Pappnase. Aber wieder. Falter. Hehehe Okay Ah, Munition alle Oh 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 Ich brauche erstmal Lebenssaft. Miam Miam Pizza, lecker. So. auf ein neues toll ... ... ... ... ... ... gehen glaube ich erstmal hoch mal gucken was da so ist wie das denn gemacht komm wir starten ganz neues spiel wie dramatisch das wäre wenn ich jetzt hier ausfassigend drauf drücken würde hier ist medic station ach kann ich doch direkt zu machen halt stopp so hallo So. So. Bei der Monition müsste er doch auch eigentlich hier drin sein. Okay. Oder habe ich die hier reingetan? Okay. 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 Die habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Oder warte mal. Blueprints? 44? Ja. Jetzt brauchen wir nur noch Satium. Das ist geil. Das ist sehr löblich. Das stimmt mich äußerst freudig. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ach so. Ja. Das kann natürlich sein. Das war ja auch fleißig am Produkt. Oh. Mir fehlt eine Kanone. So. 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 So einfach geht das. Hinter uns die Tür ist. So. So. Ah. Tschuldigung. Musste sein. So. So. Was soll denn der Scheiß? Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber nur marginal. wo ist mein... 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 Wann meine Waffen überprüfen? Ah, Misser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt müssen wir nur noch unseren dämlichen Rucksack da rauskriegen Der da hängt Der da hängt Jetzt brauche ich Satz hier unten in rauen Mengen Ach guck mal wir können die Drohne auch nutzen um die Ecke zu sneaken Dass er spawnpumpt Die Ecke Die Ecke Die Ecke Die Ecke So Irgendwas Leckeres hier im Kühlschrank drin Oh ja Schade Sehr sehr gut Müssen wir irgendwas wegwerfen Was werfen wir weg In meinem Computer Das kann weg Kann weg Sehr schön Das hat sich Gelohnt Ungelohnt Oh geil Ein Pentax Ja ne Das brauche ich absolut überhaupt nicht Das ist sehr geil Die kann ich echt gut gebrauchen Eigentlich wollte ich gar nicht Weiter großartig looten aber Mein Gott hier gibt es ja schon geiles Zeug Ciao Ach NE94 Ich verstehe Ich weiß nicht worauf wir fahren Im Moment paso und Engineering ? Ich weiß mich nicht So. Achso, da ist es. Das müssen wir eigentlich auch mitnehmen. Scheiß auf das Seaweed. Aber das haben wir, glaube ich, in unserer Sammlung drin. Habe ich den jetzt gerade mitgenommen, das ist das Falsche, aber das können wir auch mitnehmen. Warte, hier ist doch dieser Spawnpunkt. Das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Ach Gott, wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Die Zeit rast ja aber auch. Da ist schon ein geschützter Turm. Das Ding hat ordentlich Wumms. Woher kam das? Ich ziehe das Kackteil nicht. Ich habe es nicht gesehen. Okay, ich habe es gesehen. Hoho. Lebensenergie. Nix Medi-Kit-Technisches dabei, aber ich glaube, wir dürften eigentlich die Dinge. und tschüss. Wir machen jetzt hier aber an dieser Stelle Schluss. Ich will ja eigentlich nicht ganz so lange Videos immer machen. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat euch das Video gefallen? Na gut, das war jetzt relativ lange. Naja. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde mich riesig freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen in der nächsten Folge Empyreion. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.